Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videoprojekt von uns und zwar The Last of Us 2. Wir zeigen euch in Zukunft alle Sammelobjekte, die ihr in dem gesamten Spiel finden könnt. Wir fangen an mit dem ersten Kapitel, Jackson nennt sich das, wir unterteilen das immer in verschiedene, also in diese einzelnen Kapitel und dann halt in die Unterkapitel, also hier zum Beispiel das erste Erwachen, hier haben wir auch schon die erste Karte. In Zukunft werden wir aber nicht, das nicht kommentieren, weil anhand des Videos seht ihr eigentlich unter Beschriftung, wo was ist und ich denke mal das reicht auch, ein Kommentar dabei muss nicht unbedingt sein. Wir werden das jetzt alles nach und nach hochladen, also wir werden es selber erstmal spielen, genießen, dann gehen wir in die Kapitel rein und machen die Sammelsachen und bringen sie für euch. Ich denke mal, viele von euch genießen das Spiel natürlich auch noch und werden die Sammelsachen im zweiten Try dann einsammeln und genau, dann werdet ihr die benötigen und deshalb, so werden wir das auch machen. Wir gehen jetzt nicht darauf, dass wir sagen, wir machen, wir zogen jetzt nur auf die ganzen Sammelsachen, sondern wir genießen das Spiel selber erst, weil das ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Wenn nicht sogar das Beste, was man jemals gezockt hat und genau, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen, ich würde, ich denke mal nein. Ihr werdet uns, wie gesagt, nicht hören, wir werden das einfach laufen lassen und dann kommen nach und nach Videos, wir wissen noch nicht genau wann, je nachdem wann wir fertig sind. Und da würde ich sagen, viel Spaß beim Sammeln und am Ende bei der Platin-Trophäe. Hau da rein und viel Glück. Na, wie findest du die Aussicht? Ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na, komm. Fuck. Wie viel wird sowas verreisen? Hm, würdest du nicht? Ich meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, klar. Ich würde das ganze Land bereisen. Oder auch in ein anderes Land. Vielleicht eines Tages. Ach, träum weiter. Jesse hat viel über Kanada geredet. Er sagt, da gibt es diese riesigen Wasserfälle, die er unbedingt sehen will. Wirklich? Er ist doch total der Jackson-Typ. Jeder hat seine Träume. Jeder hat seine Träume. Was machst du heute Abend? Äh... Ich dachte, ich seh mir mit Joel einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Ja. Äh... Auf deinen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Äh... Curtis und Viper 2. Den hab ich schon länger auf meiner Liste. Oh, die hab ich noch nicht. Eine dieser. Die ist runter. Äh... 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 Okay. Okay. Hm. Bei den ganzen Sporen sind die schon länger hier. Zeit nach älteren Infizierten ausschau. Ja. Keine Ahnung. Ich glaub, wir sind da rüber. Wir sollten ins Erdgeschoss. Oh Mann. Funktioniert. Oh Mann. Was ist hier los? Das muss Eugene's sein. Definitiv Eugene's Hütter. Er war ein Firefly? Er diente mir Tommy. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Das war ne ganz üble Geschichte. Und zwar? Dass er mal ein Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat. Tötete drei Soldaten. Und zwei Zivilisten. Scheiße. Und... Dass er und Tommy... ...ein Fajr-General... ...zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht. Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Was meinst du? Er und Joel... ...haben einiges getan, um zu überleben. Oh mein Gott. Da sind Tommy und Eugene. Noch die reinsten Babys. Licht. Heizung. Da muss hier doch auch irgendwo ein Generator sein. Hey. Da ist der Generator. Schon besser. Oh wow. Eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Danke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.